Sein Lachen ist unwiderstehlich. Verkauf mir dein Lachen. Du gewinnst ab jetzt jede Wette. Wir schließen einen Vertrag. Wie weit würdest du gehen? Stimmt irgendwas nicht mit dir? Um jede Wette... ...wetten, dass sich gleich ein Pferd an die Rezeption setzt. Gut. ...zu gewinnen. Tim Thaler oder das verkaufte Lachen. Ich will mein Lachen zurück. Ist das denn so wichtig? Sie beobachten, was der Knabe so treibt. Wir müssten uns dann ja wenigstens verknallen. Lachen ist gesund. Tim Thaler oder das verkaufte Lachen. Namen, Frau Bebber. Ihr fresst mir ja den ganzen Kuchen an. Demnächst im Kino. ... ... ... Vielen Dank.